ENS Elektrohandel. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns über Ihren Anruf. Wir sind auf einer Informationstagung und können Ihr Gespräch leider nicht persönlich entgegennehmen. Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer sowie gegebenenfalls Ihre Kunden- oder Auftragsnummer. Einer unserer Mitarbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Wir geben Ihrem Erfolg eine Stimme. Professionelle Telefonansagen. Vom ersten Ton an überzeugen. Qualität, die man hört. Mit Telefonansagen vom Medi-Musikstudio.